Was da, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Faktor ist, ist, dass man, also wir reden jetzt natürlich immer von der Führungskraft selbst, die quasi reflektieren sollte über die eigenen Handlungen, die Prozesse, die dahinter gestanden sind, wie man kommuniziert hat, etc., etc. Aber, was ja, damit das ganze Bild schön rund wird, müsste man ja in seinem Team diese Reflexionsprozesse genauso einführen und einfordern auch, dass das eben gemacht wird, weil dann fehlt uns halt dieser Baustein auf der individuellen Ebene. Und auch wenn vermutlich auf den ersten, das erste Hören oder auf den ersten Blick würden vermutlich alle sagen, die in Teams waren, na, aber ich reflektiere immer über meine Arbeit. Und dann würde ich aber jedes Mal sagen, ich glaube, das, was die meisten unter Reflektieren verstehen im Arbeitskontext, ist nicht das, was notwendig wäre, um quasi Extreme Ownership und einfach erfolgreiche Teamprozesse halt durchzuführen, weil es reicht nicht mit, ja, hatte ich heute Spaß oder nicht oder habe ich heute länger gearbeitet oder war es heute schwer oder war es nicht schwer. Also das sind nicht die Reflexionsfragen, die man sich stellen muss. Vor allem, weil ja in den meisten Fällen dieser Reflexionsfragen sich ja eher auf den äußeren Kontext beziehen und nie auf die eigene Person. Und das machen natürlich alle, weil wer lästert nicht gerne über seine Kolleginnen und Kollegen und über die Arbeit und diverse Besprechungen, die man hat. Also die lästert man ja sehr gerne, nur das ist kein Reflektieren. Also das ist genau nicht die Ebene, die man erreichen möchte. Ja, da bewerte ich einfach nur meine äußeren Umstände. Aber spannend ist ja tatsächlich das, wie ging es mir in der Besprechung? Wieso ging es mir so in der Besprechung? Konnte ich meinen Beitrag leisten in der Besprechung? Wie habe ich kommuniziert mit den Menschen? Wie habe ich die Kommunikation aufgenommen, die vielleicht von meiner Führungsgraf gekommen ist? Oder wie kommuniziere ich in dem Team? Und so weiter und so fort. Also diese Ebene muss man ein bisschen anpassen. Und dann macht auch wieder dieses gesamte Konzept Sinn. Wie ziehe ich quasi Konsequenzen, wie ziehe ich negative Konsequenzen aus schlechten Ergebnissen? Weil dann sollte es wieder ein simpler Prozess sein, wenn alle Parteien das entsprechend abdecken. Und wieder, es ist eben nicht einfach. Es ist ein simpler Prozess, aber da ist halt viel, viel, viel Arbeit dahinter. Vor allem als Führungskraft, wenn ich neu ein Team bekomme, reden wir auch immer wieder drüber. Das sind die Dinge, an die muss man sich halt ranmachen. Das sind die Dinge, die muss man in sein Team hineinbringen. Diese Gedankenprozesse, Reflexionsprozesse, Arbeitsprozesse. Daran muss man primär arbeiten. Weil man, wie wir es immer sagen, man ist nicht vorne und zieht sein ganzes Team, sondern man möchte ja sein Team irgendwie heben und unterstützen. Und dieser Rahmen gehört einfach da dazu.